Hey Leute, was geht? Ich hoffe, wir können zu einem neuen Video-Bildente. Was geht? Wir spielen heute Super Smash. Bist du bereit? Wir sind bereit. Das hast du mich geworfen. Ich sehe nichts mehr. Man kann sich hier... Das ist ähnlich wie die anderen Spiele, die wir schon gespielt haben. Und warte mal, irgendwie kann man hier gleich rüber gehen oder so, weil da ist so ein Block in der Mitte und man darf nicht getroffen werden. Ah, schnell! Nein, ich war getroffen! Oh Mann. Okay, ich komme jetzt die ganze Zeit auf verschiedene Maps. Sente, pass auf! Oha, dann kommt gleich Stachel. Du musst schnell zur Seite gehen, Ente. Oh, wo hast du getroffen? Oh, oh. Das ist, glaube ich, gerade wie bei Mario oder so. Hör, guck mal. Ich habe... Äh? Neul, das ist Ventilator. Nein, ich wollte Ventilator noch benutzen. Nein, das sind wir direkt in der nächsten Map. Jetzt kommt eine Kanonenkugel. Pass auf, Ente. Wir dürfen nicht getroffen werden. Was, Alter? Die haben mich sofort weg. Ente, du musst vorsichtiger spielen. Was ist hier jetzt? Ich glaube, die Wände bewegen sich oder so. Warte mal, man kann sich noch eh hier festhalten, oder? Ich glaube, ich kann hier auch ein bisschen so hochklettern. Okay, klappt irgendwie nicht. Oh, da geht die Wand auf. Mal gucken. Wo bist du hier? Oh, ich habe... Da bist du! Ich habe eine Waffe gefunden. Komm her, Ente. Ich mache dich fertig. Nein! Du musst dich nicht berühren. Warum bist du so stark? Ah! Oh, ich habe ein Schwert. Komm her, Mann. Zack. Oh, da kommt sogar immer Ketchup. Nein, es weiter geht. Guck mal, jetzt haben wir wieder eine neue Map. Wir können hier hochgehen, oder was? Ja, das Spiel ist so lustig. Komm her. Oh, du hast dich runtergeschoben. Was soll das? Warte, man kann sich auch so hinlegen oder so. So, jetzt schleiche ich so auf den Boden. Ich bin eine Schlange. Ja, das ist eine Waffe. Komm schon. Bitte meine. Ja. Gib mir, gib mir. Nein, Ente. Ja, du bist runtergefallen. Nice. Oh, oh. Was hast du für eine Map? Nein, ich muss schnell besiegen. Ich will da nicht runter, bitte. Oh, ich wollte das nicht berühren. Das sah richtig gefährlich aus. So, ey, wie viele verschiedene Sachen gibt es hier? Ich habe doch keine Ahnung. Kann man da rüberspringen? Ja, das ist eine Waffe. Nein, ich wollte da rüber, aber zu spät. So, mal gucken. Allein, Leute, wie ich mich bewege. Wie dumm sieht das aus. Guck mal, wie ich hier tanze. Oh, da bist du ja. Oh, oh. Ich muss schnell weg, Leute. Schnell, bevor ein Ente kommt. Ich muss schnell abhauen. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, was hast du für einen Laser? Du hast so einen Zauberstab. Okay, was passiert hier jetzt? Sind ganz viele Ketten. Können wir hier rüberspringen? Ja, können wir. Komm her, Ente. Oh, nein. Warte, da vorne ist ein Trank oder so. Komm schon, ich muss das nehmen. Was? Das hat mich unsichtbar gemacht. Eins-Om. Wo bist du? Nein, ich wollte rüberspringen, aber ich habe mich nicht gesehen. Deswegen hat nicht so gut geklappt. Schade. So, wieder so eine Map, hä? Aber wie kommen wir jetzt rüber? Ich glaube, wir müssen einfach nur Waffen warten. Komm her. Oh, oh. Ich habe so einen Laser. Komm her. Nein, du hast mich getroffen. Okay, oh, oh. Wieder so ein Level. Ente, pass auf. Müssen die, glaube ich, zur Wand gehen, oder? Wo geht das gleich runter? Ich warte. Hä? Das passiert doch gar nichts, oder? Ich glaube, das wird gleich irgendwo runter. Hä? Du hast die Zeit angehalten. Nein, einfach rum. Oh, oh. Ich hoffe, das bewegt sich gleich nicht. Oder kann man das vielleicht kaputt schießen? Also, guck mal, ich habe ein Schild. Oha, greife ich mal an? Oha, ich hoffe, die ganze Zeit Schutz gegen dich. Und jetzt komm her. Oha, ich glaube, ich kann nicht richtig einfach besiegen. Nein, du hast gewonnen. Obwohl ich ein Schild hatte. Schade. Hä? Guck mal, jetzt sind da ein Käfig hier. Warum? Hä, was ist da drin? Da ist irgendwas Blaues drin. Das greift mich an. Ah, hau schnell ab. Nein, nein, Mann. Du hast trotzdem gewonnen. Wie? Okay, wieder die nächste Map. Was ist hier denn los? Ah, wie wieder krasse Waffen. Oha, ich habe einen Raketen-Launcher. Guck mal. Was geht? Oha, kann ich unendlich schießen, oder? Was war das? Das ist, glaube ich, noch ein zweiter, oder? Was ist das hier? Oha, das ist eine Kettensäge. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ich habe das jetzt... Oh, ich kann so viel schießen, wie ich will. Also, ob das ja komplett aufwegt. Ah, man kann die Ketten kaputt machen, oder was? Warte mal. Was passiert, wenn die alle kaputt sind? Das will ich mal kurz herausfinden. Warte mal, ich nehme eine neue Waffe. Können wir die wirklich alle kaputt machen? Nein, guck mal. Ich bin ein großes Schwert. Hä, was passiert dir? Lol, hä? Hä? Wir wurden angegriffen von irgendjemandem. So, weiter geht's. Jetzt spielen wir Skyblock. Okay, wie komme ich hier weiter? Hey, greif mich nicht an, Mann. Kann ich die Blöcke hier irgendwie... Oh, man kann die Blöcke bewegen. Warte mal, kann ich die auch ziehen? Nee. Aber ich glaube, mit Waffen kann man die bewegen. Aber wie komme ich denn zu dir rüber? Ich mache mal oben da wieder die Ketten kaputt. Ah, guck mal, das ist wirklich so eine Skyblock-Map. Sky-PVP. Ja, guck mal, jetzt können wir hier rüber gehen. Jetzt können wir, glaube ich, hier hoch. Warte mal, zack. Und jetzt bin ich hier oben auf der Burg. Wie heftig ist das? Und jetzt, komm her, Mann. Ich mache mich fertig. Ich will dich besiegen, Junge. Komm schon, komm schon, Leute, ich muss treffen. Ja, ich muss hier ausweichen. Hä, als ob du alles ausweichst. Wie kann das sein? Ich muss auch so dumm springen, dann triffst du mich niemals. Oh, das ist so... Ja, endlich. So, oh, guck mal, da kommen jetzt richtig viele Kugeln, oder? Was passiert hier? Ah, wir können ja auch wieder die Kette kaputt machen. Lass es mal machen. Ja, man ballert immer weg. Okay, das glaube ich keine Waffe, oder? Ich glaube, ich habe so ein Schwert. Nee, damit geht es nicht. Warte mal. Oh, ein Steiferschuss, Mann. Und jetzt fällt das zu uns drunter in die Lauf. Ja, ich habe gewonnen. Nice. So, oh, da ist wieder so ein Kiffig. Nein, die lassen wir diesmal nicht frei. Oh, nee, weil die sind viel zu stark. Die sind viel zu wild. Komm her, ich mache nicht so fertig. Was passiert, wenn man da jetzt runterfällt? Guck mal, das sind so krasse Waffen. Ich will die eigentlich nehmen. Komm, ich gehe da runter. Ich glaube, die kommen nicht direkt frei, oder? Oh, nein, noch nicht. Okay, schnell. Jetzt aber. Oh, nein. Hä? Du bist da runtergefallen. Oh, Ende, lauf. Nein, Ende. Ich war das erste. Oh, nein. Ich habe gewonnen. Okay, wieder ein neues Level. Was ist das denn jetzt hier? Wie kommt man hier hoch? Können wir uns hier einfach hoch so klettern? Warte mal. Ich habe gesehen, wie man mit der Steuerung hält. Oh, ja, mit Kletters als ob. Oha, das wusste ich nicht. Wie krass ist das? Wir kommen hier überall hoch. Okay, heftig. Das Spiel ist so lustig, Leute. Wow, die ganze Map. Kann man hier kaputt machen, oder was? Guck mal, das ist alles. Ja, mach das mal. Ach, das ist, glaube ich, Eis oder so. Das ist alles zerbrechlich. Hä? Warte mal, wird das gleich alles runterfallen, wenn wir die ganzen Füße wegmachen? So, mach die mal alle ab. Ja, das kippt komplett oben. Oha. Oha, geht doch der Boden kaputt. Ja, guck mal, hier kommen so Lollipops raus. Nein, endlich, ich fang gleich runter. Oh, 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 oh. Nein, wir können jetzt spleaf spielen. Guck mal, ich habe fast keinen Boden mehr. Endlich, schieß dein Boden kaputt. Nein, du machst meinen kaputt. Gar nicht gut. Ach, ich kann Blöcke platzieren wie ein Fortnite. Noi. Okay, wieder so eine Eiswap. Kann man das kaputt boxen? Okay, ich glaube nicht. Nur kaputt schießen immer. Lass es komplett kaputt machen. Let's go. Let's go. Oh, 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 oh. Jetzt mache ich deinen Boden kaputt. Lass mal so spleaf spielen. Wer zuerst runter fällt. Ja, du fällst zuerst runter. Nice. So, oh, jetzt sind wir nur in einem Raum gefangen, oder was? Kommen wir hier raus? Nein. Mach deinen Boden kaputt. Ich mache diesmal deinen Boden. Nein, du hast meinen Boden kaputt gemacht. Oh, nein. Okay, ich glaube, hier ist wieder so ein Eisboden, oder? Ich glaube schon. Nein, nein, nein. Ja, ist es. Das ist so lustig, das Spiel. So, warte, da vorne ist der Ventilator wieder. Was macht der eigentlich? Hä? Ich glaube, ich kann nicht. Warte, haltet ihr die Schütze aus, oder was? Oh, ich glaube, du kannst dich gar nicht treffen. Doch. Oh, okay, wieder nächstes Level. Jetzt muss ich, glaube ich, hier Ente irgendwie finden, oder so. Das ist, glaube ich, irgendwo hinter. Wie lustig ist das jetzt? Okay, da auf jeden Fall nicht. Ah, da bist du tatsächlich. Schau mal. Da hinten, ich sehe dich. Guck mal, ich habe einen Jetpack einfach. Du hast einen Jetpack als Ohr, wie unfair. Oh, 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 das fühlt sich okay. Nein, Leute, ich muss das gewinnen, bitte. Nein, ich bin runtergefallen. Okay, wieder eine neue Map. Wie kommen wir da rüber? Ist hier ein Boden? Ich glaube nicht, oder? Ist hier ein Boden? Ah, doch. Aber wieder so ein, der schnell kaputt geht. So, jetzt habe ich hier so eine Granate. Was macht die? Oha. Oha, nur eine Riesenwolke. Nice. Aber ich mache jetzt einen Boden kaputt. Flieg runter. Nein, du hast dich festgehalten. Wie? Also. Okay, Leute, wir haben jetzt mal einen Bot hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, das hat die gelbe Farbe. Hä? Das springt ja, glaube ich, überall rum, oder bist du das? Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin das. Ah, ich glaube, da kommt erst im nächsten Game dazu. Warte, ich mache mir alles kaputt, damit ich dich endlich sehe. So, warte mal. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Da bist du. Komm her. Zack, zack. Was geht das? Meine Waffe ist leer. Aber du bist zuerst runtergefallen. Nice. So, kommt jetzt der Bot dazu? Da vorne ist ein Bot. Guck mal. Der läuft da hinten. Ah, ihr wurdet alle vom Laser getroffen. Hör, da kommt wieder ein Laser. Lauf, 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 Alter. Wir müssen laufen. Bevor dein Laser kommt. Oh, oh. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Jump Run. Lauf. Das ist so ein Death Run. Hey, bleib stehen. Lauf weiter. Wir müssen ein Death Run spielen. Let's go. Hä? Komm mal hier nicht weiter. Oh, oh. Nein. Du hast gewonnen. Schon wieder ein Laser. Oh, oh. Was soll ich jetzt tun? Hä? Ich kann doch gar nichts mehr machen. Hä? Der Laser ist weg. Let's go. Geh auf den Gelben. Nein. Der hält mich wieder fest. Das Spiel ist so dumm, Leute. Wir alle die ganze Zeit rumfliegen. Ja, du bist runtergefallen. Was? Was geht hier ab? So, da ist jetzt der Gelbe. Endlich. Komm her. Ich mach den fertig. Guck, wie der da rumspringt. Richtig verrückt. Und, schau. Der ist runtergesprungen. Ja, Mann. So, kann ich noch irgendwas machen? Ich hab noch gesehen, man kann F drücken für ein Schild oder so. Drück mal F. Ähm, ups. Hey. Ähm, ja. Viel zu lustig. Da läuft er wieder rum. Der weiß gar nicht, was der macht. Der ist wieder runtergefallen. Oh, Mann. Los. Ich hol mir dich. Komm her. Das sieht so aus wie Lucky Blob Grace irgendwie, die Map. Oha. Oha, was ist das denn hier? Guck mal. Ich glaub, der Boden verschwindet, oder? Das ist so TNT Run. Boah, das ist so spleef. Mann, TNT Run. Ja, TNT Run. Lauf Ende. Schnell, bevor du drauf gehst. Nein. Ich werd gleich runterfallen. Ich muss hier rüberspringen. Schnell. Ich muss nicht festhalten. Nein. Das ist so schwer. Egal, Leute. Lasst, Leute. Lasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, shoppen vorbei. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Ciao.